Gude und heute wollte ich euch einmal zeigen, wie man zum einen als Rathos-12er mit niedrigen Helden auf andere schwächere Rathos-12er angreift oder vielleicht auch sogar den einen oder anderen 12 vs. 11 Angriff, einfach nur damit man ein paar Taktiken kennenlernt, wie man auf jeden Fall die 3 Sterne holen kann. Und ich würde dann mal sagen, springen wir auch direkt zu dem ersten Angriff und zwar gehen wir dafür in den Krieg Nummer 5 und gucken uns hier auch direkt mal einen Angriff von mir an. Denn ich habe als Nummer 7 die Nummer 8 angegriffen, das war ein frischer Rathos-12er, wie ihr hier seht. Ihr seht, ich habe nicht die höchsten Helden, ich habe einen 25er King, was noch sehr niedrig ist, 37er Queen, das ist auf jeden Fall schon in Ordnung und einen 27er Wächter. Also mein Wächter ist auf jeden Fall schon ziemlich hoch. Ich sehe hier am Anfang, dass sich hier sehr viele Lager direkt nebeneinander stehen. Setze dafür als erstes den Loon, falls da irgendwo eine schwarze Mine ist, dann meinen E-Trachen. Ich mache das auf der anderen Seite auch und dann seht ihr, ich habe hier direkt außen schon so viel weggefandelt. Kann dann auch noch die ganzen Gebäude hier rausnehmen und fange dann jetzt hier mit meinen Eis-Golems an und danach auch mit meinen Hexen komme ich hier rein und das wird dann ein richtiger, richtiger Overkill. Ich schaffe es, dass alle meine Hexen hier drinne bleiben, habe hinten raus noch den Fledermaus-Zauber, der nicht maxed ist, darum hier mein Machtrank aktiviert. Also ein bisschen gecheatet wird hier am Anfang, aber ich zeige euch auch gleich, wie das die Angriffsstrategie auch funktioniert, wenn ihr nicht den Machtrank aktiviert habt. Ihr seht es hier, den Wächter relativ früh gezündet, ist keine Rathausbombe mit dabei. Die ganzen Hexen in der Mitte machen so viel, so viel Arbeit, die ganzen Skelette kommen da immer wieder raus. Jetzt kam hier der Giftzauber auf die Klamburg, ein bisschen spät, die Fledermäuse hinten raus. Haben hier aber gar nichts mehr stehen, ein Magiaturm steht hier noch, der wird jetzt hier aber gefrostet und damit habe ich hier gar keine Probleme. Ein paar Hexen sind sogar hier noch außen gewesen, neben die restlichen Gebäude da raus, die von den Ehtrachen noch stehen geblieben ist. Hier wurde mir leider der falsche Zauber gespendet, das heißt hier nochmal zum hinten raus kein Frostzauber, sondern ein Eilzauber, damit die Fledermäuse dann noch einen Ticken schneller sind. Das geht eigentlich fast gar nicht, weil die sind echt richtig fix unterwegs. Und so kann man jetzt hier auf jeden Fall die Hexen benutzen. Funktioniert halt immer gegen Baisen, wo oft der Single Inferno Turm genutzt wird. Und ihr seht, auch mit schlechten Helden geht das wunderbar. Falls ihr nachher einen höheren King habt, könnt ihr hier euch auch den einen Ehtrachen sparen und mit dem König hier die ganzen Gebäude außen weg nehmen. Aber ihr seht es hier, die Skelettarmee ist am Stüssel, die Hexen haben hier sehr schöne Arbeit geleistet. Und dann war das hier ein richtig schöner Overkill. Und das habe ich am Tag davor auch geschafft. Also gehen wir mal hier auf Kampftag 4 zurück. Und wenn wir uns dort meinen Angriff angucken, dann fällt uns ein Muster auf. Die Hexen, die sind nämlich richtig richtig stark. Und dann fällt uns hier auf, ich benutze wieder die Hexen. Ich benutze diesmal nicht den Machtrank, sondern greife hier mit meinen Rathos oder mit meinen Rathos Elf Hexen an. Ist natürlich jetzt hier auch ein extra. Ist aber auch eine sehr ekelhafte Base. Das heißt, Rathos relativ in der Mitte, man hat nur einen Angriff. Benutze hier wieder meine Ehtrachen zum Funneln. Ist immer sehr teuer, aber ich habe alle anderen Truppen nicht auf Max. Ihr seht es hier, Riese auf 5. Boogie auch nur auf 5. Das heißt, ich habe weder Babydrache oben noch irgendwelche andere Funnel-Truppen. Magier habe ich nicht Max. Darum benutze ich immer sehr teure Truppen. Das funktioniert jetzt hier mit den Ehtrachen ganz gut, weil die Max sind. Und ihr seht es, alle Hexen laufen hier wieder in die Mitte. Genauso soll das sein. Ist immer ein bisschen teuer, ich weiß. Aber es geht ja nicht darum, hier jede Base zu trippeln. Sondern euch einfach nur, oder den Leuten, die hier noch nicht so lange COC spielen, einfach nur eine Taktik zeigen, womit sie dann doch immer mal wieder trippeln können. Weil das ist gar nicht so leicht, wie ihr euch das immer alle vorstellt. Ich meine für die Leute, die jeden Tag 1-2 Stunden COC zocken und das auch schon über Jahre hinweg. Natürlich fällt es denen deutlich einfacher, Trippel zu holen. Aber um jetzt erstmal so zumindest einen Plan zu haben. Wir sehen jetzt hier den Eisgolem so gesetzt, dass hier der Magiaturm eingefroren wird. Hier hinten setze ich dann Riese, merke, dass das hier aber trotzdem nicht langt. Das Timing von Riese war nicht optimal. Und darum sterben jetzt da doch sogar noch alle Fledermäuse weg. Aber zum Glück genug Hexen in der Mitte am Leben. Mein King kommt hier auch nochmal. Die ganzen Skellys, die hier noch am Leben sind. Die Loons kommen hier auch nochmal dazu, die ich dazu geschickt habe. Und dann gehen jetzt hier auch die letzten beiden Gebäude down. Also hier, das funktioniert echt immer sehr gut. Das mit den Hexen müsst ihr ordentlich immer funneln, falls sie euch außen weglaufen. Oder zum Beispiel, wenn die Queen euch außen weg geht und die Klamburg in der Mitte bleibt. Dann ist das immer sehr schwer. Also benutzt lieber ein paar Truppen mehr zum Funneln. Also damit die ganzen Gebäude hier außen weg gehen. Und ich musste hier gar nicht meine Queen zünden. Ein wunderschöner Triple. Und dass es auch mit noch niedrigeren Helden geht. Das will ich euch jetzt zeigen. Dafür mache ich einen kleinen Cut und dann sehen wir uns wieder. Und zwar haben wir jetzt hier noch einen kleinen Kill Squad mit den Hunden. Das heißt, wir sehen hier am Anfang die Helden. Ein Golem. Dann mit den Mauerbrechern hier wunderbar aufgebrochen. Dann seht ihr, die Klamburg kommt raus. Die Queen ist jetzt hier leider ein bisschen auf Abwägen. Ist nicht so richtig rein. Die Bowler hinterher aus der Klamburg. So gehört sich das als Rathaus Neuner damit anzugreifen. Und dann nimmt hier die Queen den ersten Loon raus. Die Magier den zweiten. Jetzt läuft es alles ein bisschen unglücklich. Der Golem tankt dann nicht mehr so richtig. Es ist aber noch alles in Ordnung. Über so eine Ecke anzugreifen bietet sich nicht immer an. Also würde ich euch eher nicht empfehlen. Eher über so eine Breitseite anzugreifen. Dann ist das meistens sehr effizienter. Aber hat jetzt hier in dem Fall auch geklappt. Bekommt jetzt hier den Drachen raus. Und jetzt seht ihr hier den Lalo-Part. Auch der muss nicht optimal sein. Hat sich jetzt hier seinen hohen Hund als erstes geschickt. Dann die Eilzauber auf die Loons. Damit die jetzt hier in die Mitte kommen. Das sieht alles wunderbar aus. Das Luftfeger ärgert die Loons da ein bisschen. Pustet die immer wieder nach hinten. Aber setzt hier schön viele Zauber direkt am Anfang. So muss das nämlich aussehen. Und dann ist das hier ein wunderbarer Triple. Obwohl der Lalo-Hund noch auf 1 ist. Die Truppen sind auch nicht auf Max. Und die Helden hier auf 14. Und 14 auch nicht wirklich optimal. Der Gegner war auch noch nicht komplett Max-Tratos 9. Aber wie gesagt, das ist ja hier in dem heutigen Video gar nicht das Thema sein. Sondern einfach wie man hier auch mit niedrigen Helden immer die 3 Sterne holen kann. Und da versuche ich euch gleich im zweiten Clan noch eine Angriffstrategie rauszusuchen. Falls ihr ein Rathos 9er, 10er, 11er, 12er seid. Schreibt auch das gerne mal in die Kommentare. Vielleicht suche ich dann für eure Rathos Stufe auch nochmal ein paar Angriffe mir aus. Wie man hier mit den niedrigen Helden dann auf bestimmte Basen doch die 3 Sterne schaffen kann. Und dann sehen wir uns gleich beim nächsten Angriff wieder. So und als letztes habe ich mir hier noch einen Rathos 10er Angriff rausgesucht. Und zwar vom lieben Dodo. Der spielt noch gar nicht so lange. COC. Oder spielt jetzt wieder. Hat er sehr lange nicht mehr gespielt. Und er will jetzt oder hat jetzt wieder angefangen. Ist bei uns im zweiten Clan. Und da zeige ich euch nochmal wo drauf ihr ein bisschen aufpassen müsst. Er hat jetzt hier am Anfang sehr schön seine beiden Babydrachen genommen. Wollte jetzt hier für seine Helden, für seine Ramme und seine Packer sehr schön funneln. Und dann mit dem Packer und mit den Bowlern in die Mitte. Genauso gehört sich das auch. Sehr schön gemacht. Jetzt hier Frostzauber für den E-Trachen kann man auch eigentlich immer den Giftzauber benutzen. Funktioniert eigentlich in der Regel immer deutlich besser als der Frostzauber. Und jetzt seht ihr die Truppen laufen eigentlich gar nicht dahin wo er das möchte. Und zwar hängt das damit zusammen. Die Ramme hat jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5 Gebäude rausgenommen. Und das heißt die Truppen die laufen jetzt nicht der Ramme hinterher. Weil die Ramme da ja die ganzen Gebäude rausgenommen hat. Sondern wenn er jetzt eine Truppe hinsetzt wie den Packer läuft er nach außen zur Kaserne. Weil das natürlich die kürzeste Weg zu einem nächsten Gebäude ist. Also wartet nicht immer so lange mit euren Truppen. Sondern wenn ihr da die Babydrachen habt die hier außen die 1, 2 Gebäude rausnehmen. Dann setzt die Ramme und dahinter auch schon eure Packer und Bowler. Und dann habt ihr auch eine viel größere Möglichkeit dass die hier immer schön in die Mitte laufen. Hier hat er jetzt in dem Fall sehr viel Glück gehabt. Dass seine Queen jetzt hier nochmal zurückkommt. King läuft jetzt hier auch nochmal rein. Er fängt jetzt hier auch gleichzeitig schon mit den Fledermäusen an. Also sehr viele Sachen gleichzeitig. Frostet jetzt hier auch nochmal den Single. Sein Eisgolem ist da gerade auch nochmal gestorben. Er freest jetzt hier auch nochmal alles. Und jetzt seht ihr die Fledermäuse können jetzt hier alles hinten raus wegnehmen. Kein Aoe mehr Gebäude lebt mehr. Also kein Gebäude mit Flächenschaden. Der letzte Magiatur wird jetzt hier auch gleich down gehen. Und dann ist das hier ein wunderschöner Angriff. Zündet jetzt hier seinen King und zündet seine Queen. Auch die bei weitem nicht im Max. Ihr seht sogar dass er hier einen Heldentrank aktiviert hat. Normalerweise seine Helden 5 Level Niedriger. Das heißt den King auf 16 und seine Queen auf 22. Ein wunderschöner Triple hier. 10 gegen 10 sehr stark gemacht. Und ja. Falls ihr wie gesagt auch nochmal für eure Stufe ein paar Tipps haben wollt. Schreibt die gerne in die Kommentare. Was ihr für Helden habt. Wie hoch die sind. Und was natürlich für eine Rathausstufe. Und dann gucke ich mal was am meisten hier gefragt wird. Und gucke dann nochmal speziell dafür ein paar Replays. Das soll jetzt so eine kleine Serie werden. Wie man mit niedrigen Helden 3 Sterne holt. Und falls ihr vielleicht den einen oder anderen coolen Angriff mit niedrigen Helden gemacht habt. Auf eine starke Base. Könnt ihr mir das auch auf jeden Fall auf Discord sagen. Dann komme ich mal vorbei und nehme auch mal eure Angriffe auf. Und erzähle ein bisschen dazu euch was. Was ihr gut gemacht habt. Was ihr vielleicht nicht so gut gemacht habt. Es soll natürlich auch immer jeder ein bisschen besser werden. Und keiner ist ein Profi. Das will auch niemand. Und damit schickt es auch gerne euren Clanfreunden. Würde mich freuen. Macht's gut. Haut rein. Und wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream wieder. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Untertitelung des ZDF, 2020